Mit der Firma Riederbau haben wir einen verlässlichen Partner gefunden im Bereich der Umsetzung von unserem neuen Bauvorhaben. Die Firma Riederbau setzt auf computerbasiertes Konstruieren, so wie wir auch bei unseren Maschinen, und bildet über das Planungsmodul Building Information Modeling nicht nur die Geometrien des Gebäudes, nicht nur die Grundrisse, die Wände, sondern auch die komplette Haustechnik haben. Im Nachhinein ergeben sich dadurch wunderschöne Möglichkeiten, das Gebäude zu bewirtschaften, da zum Beispiel bei der Fehlersuche diese digitalen Möglichkeiten genutzt werden können, um Störungen schnell beheben zu können. Das Team von Riederbau war immer die erste Wahl für uns. Von der Planung bis zur Ausführung war Rieder immer ein Partner, mit dem wir sämtliche Projekte durchgeführt haben. Es ist wichtig bei komplexen Bauten, wie sie heutzutage stattfinden, dass man einen kompetenten Partner hat über alle Bereiche des Bauens. Mit der Firma Riederbau hat man hier einen sehr kompetenten Partner bei der Hand. Unser Fokus liegt auf dem optimierten Nutzen unserer neuen Lager- und Fertigungshalle. Gemeinsam mit den technischen Experten von Riederbau haben wir von der Planung über die Errichtung bis hin zum digitalen Facility Management alles in eine Hand gelegt. Bei der Abwicklung von Projekten haben wir ein klares Ziel vor Augen. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden kompromisslose Qualität und nachhaltige Gesamtlösungen bieten. Von der ersten Idee über Beratung und Planung bis hin zur Fertigstellung und den anschließenden Facility Management Prozessen sind wir ein Partner mit Handschlagqualität, Tradition und innovativen Weitblick.